Wie geil wär's, wenn wir uns wie Kinder verhalten dürften auf der Arbeit. So, du bist so im Fahrstuhl mit deinem Chef. Normalerweise so saudummer Smalltalk, so wie geht's Ihnen? Ja, halt dein Maul. So, weißt du, so, so, das nervig. Diesmal ist aber so, der Chef kommt rein, du hängst schon in dieser Stange, in der man sich festhält. Dann steigt er ein und du drückst erstmal alle Knöpfe. Und Kinder gucken dann einen so an und sagen, dass dann so, ich hab alle Knöpfe gedrückt. Ja, seh ich, du Bastard, Alter. Das hab ich mitbekommen aktuell. Und dann hängst du da so und sagst so, du, also du bist ja immer noch ein Erwachsener, du hast ja immer noch Erwachsenen-Themen. Du, manchmal, manchmal, wenn ich eigentlich arbeiten soll, dann geh ich auf Toilette und hol mir einen runter. Ich hab die